Ibrahim Gezer hatte große Pläne für seine Familie. Er wollte ein schönes, gemeinsames Leben aufbauen. Er hatte 500 Bienenvölker, stand finanziell gut da. Sie bauten im Dorf ein großes Haus, doch sie zogen nie ein. Die türkische Armee vernichtete alles. Seine Familie wurde auseinandergerissen. Eine Tochter wurde getötet, ein Sohn ging zur Guerilla. Ein anderer lebt versteckt. Ibrahim Gezer musste aus der Türkei flüchten. Die Türkei flüchten, die wir aus der Türkei verbrauchen. Ich habe einen guten Tag für mich. Guten Tag! Ich habe einen guten Tag für mich. Ich habe einen guten Tag für meinen Geist. Ich habe ein Geschenk gemacht. Ich brauche, ich bin ein Gezer, Lauf! Danke! Ich habe eine kleine Mölle, die ich in der Union nicht verabschiede. Aber jetzt habe ich einen Geist. Ich habe einen Geist. Ich will meinen Organisieren. Ich bin sehr ein Wunscher. Ich habe mich nicht mehr, wenn ich die Welt wünsche. Ich bin auch nicht mehr, wenn ich die Welt wünsche.